was soll ich denn mit dem auto jetzt hilfe na gut haben wir ein neues auto coole karre wieso läuft er weg ist ein schönes auto hier haben wir gerne mit ich habe gerade ein auto geschenkt gekriegt auch nicht schlecht oder hat was war wie fahren die denn heute die dumpf backen oder ward auch nicht schlecht finde ich geil habe ich ein auto gekriegt na gut fahren wir mal hier mit ich habe erst gedacht der sprengt das ding in die luft es wäre echt noch was gewesen da aber die karre ist schon cool wenn die so schön pink ist hat was sieht geil aus alter wer fährt sich hier in der naht zurecht ups entschuldigung da ist eine kunst ich heute noch nicht beherrsche ich bin gerade erst losgefahren aber wir können ja mal gucken team speak er könnte auch bei mir im team speak reinkommen wenn ihr wollt hallo kura ich grüße dich ja die karre ist cool ne ich werde mal gucken hier hat mir gerade einer hingestellt ich weiß zwar nicht warum aber bin ich mega werde ich gerade beschossen oder was ist hier los wieso beschießt mich hier einer ich habe denen gar nichts getan ich weiß nicht ob dieses auto wirklich gut für mich ist leute ich habe das gehen wir lieber hier rein der laden hat zu oder was da fährt schon wieder ein auto raus super